Gute Morgen! Gute Morgen! Wie geht's hier? Moin Moin Leute! Und ein kräftiges Moin Moin hinterher! Heutige Thema wird sein. Fliesenlinger ist da, Klemmner ist da, Gerald ist da. Heutige wird auch Thema sein. Keine Steigwerbung. Wir haben hier zwei Sachen im Angebot. Einmal Bauhaus. Profi. Und einmal Profi Equipment. 200 Profi. 200 Profi. Netto. Und was dazu gehört? Wofür wir das brauchen? Alles gleich. Du gehst mal in den Keller. Du musst mal vorbereiten mit Gerard. Weil wir müssen die Blenden von der Küche kürzen. Und so einen Scheiß. Hier, hier oben oben, komm her. Die Dinger müssen wir kürzen. Die Dinger müssen wir kürzen. Die Dinger müssen wir kürzen, weil den Fußboden haben wir 0,5 Millimeter hoch. Das heißt, wir müssen die Dinger in der Länge kürzen. Einmal sauer machen. Ran machen. Und? UR hat uns geschrieben, yes. Ja, der gute UR hat uns geantwortet. Ich werde jetzt ein kleines Projekt starten, auf Kosten von Erhan, weil er es angeleiert hat. Also ich bin gerne dabei, ich mache das so. Aber Erhan wird das alles... Das wird richtig geil. Und wer UR ist, könnt ihr einfach mal... Ich finde ihn geil. Also ich finde ihn einfach geil, was er da macht. Und wie er es macht. Du darfst den Platz, auf wo er sitzt, nicht ändern. Sonst wäre das komplett nicht mehr authentisch. Ja, er kriegt hier eine neue Wohnung. Und da werden wir arbeiten, machen. Das Gaming-Zimmer wäre das Angebot. Genau, okay, jetzt gehen wir runter. Okay, alles klar, tschüss. Moin, moin, moin. Guck dir eine neue Begrüßung? Moin, moin. Und ein kräftiges Moin hinterher. Moin, moin. Wie geht's? Ja, das war eigentlich ganz gut. Ja? Ja. Selbst? Auch, danke schön. Heute fließen den? Ja, wollen wir den Rest hier fertig kleben. Und... Ja, anschließend dann verfucken und... Dann sind wir hoffentlich so weit durch, ne? Mit unserer Arbeit hier. So sieht, heute ist Endspur. Für uns. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Das passiert. Deswegen immer hier ein Stück Tesa raufkleben. Das muss ich auch 100 Mal klären, aber rein verstanden. Nein, Tesa raufkleben. Hier sieht man das auch. Das ist die Rückseite und das ist die Vorderseite hier. Gerhard raucht hier noch im Haus, wollte ich sagen. Oha. Hier wurde ja noch nicht gestrichen. Hier ist noch nichts gestrichen, Digga. Guck mal, Schrift bitte her. Oh, du seid ja geil. Was ist los mit dir? Warum musst du denn dein Handwerker-Dekolleté so präsent im Video haben? Das muss ich denn sehen. Das mach mal. Das muss ich denn sehen, sonst... Ja, manche würde Interesse dran. Nein, nein, das können wir leider nicht sagen. Dann machen wir noch eine zweite Version hochladen auf Pornhub. Und hinten ist so eine... Guck mal, die Tür ist da. Das ist echt so viel. Die haben nichts dran verändert. Aber hier hinten, das siehst du, kannst du da hinten gegenlegen. Ach, da an der Kante, ja. Genau. Okay, da habe ich die beiden. Die beiden müssen wir schon mal kürzen hier. Das sind noch die Zusatzarbeiten, die dazukommen, ne? Ja. Die gemacht werden müssen, ne? Anpassen. Das ist ja alles wieder Maßarbeit hier. Das ist ja hier. Ne, da kommt der erste, der das geschafft hat. Karte, geh mal die Dinge her. Das Ding, diese weißen. Genau. Digger, wofür sind diese Scheißdinge hier? Sagen wir das mal. Ah, guck mal hier. Guck mal, hier sind auch die Binger dran. Okay. Ach, fünf, musst da reinpassen. Hallo, ich bin's lieber Erhan. Ich wollte nur sagen, ich bin ein ganz geiler Typ, ein ganz geiler Kameramann. Und ich feier mich selber ganz hart, ey. Das war schon so einfach. Was? Das war schon so. Ach so? Wie ist er mal alles mit Auge? Über Ehren. Er macht auch immer Auge, ey, ja. Ja, 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 ja. Du, der Zoll schon wieder, ähm, die Fußleisten anbringen, weißt du? Weil, 800 Kilometer Kabel der Glocke. Ich hab' dir gegönnt. Das Problem ist, Schaut man das? Ja. So, jetzt präsentier' mal dein geiles Ding. Ja, wir müssen gleich mal G-Reiter auf Akku. Und ich hab' hier so'n professionelles Ding. Einmal nur als Vergleich. Gleich. Tropf nicht. Hab' schon nachgedacht. Bei Gera, bei der Akku betriebenen, die tropft nach. Und das werden wir testen, Gera. Wie viel Prozent stört das eigentlich, dass es tropft? Fert mal Gera halt. Bei mir tropft nur die Pistole nach. Oha. Und dann tropft gleich was ganz anderes. Und bei Seid, bei Seid, der kann das manchmal nicht halten. Und dann tropft das halt noch so. Er ist schon wieder niveaulos, Gera. Er ist schon wieder niveaulos. Ja, I make a stupide mouse. Do the shit up from the ground. I'm blowing down on a pound. Why would I ever come down? These bitchmen chase me round. Really don't matter the town. Floing out to the town. Pfff. Digga, einer muss ja die Geschäfte machen hier. Verstehst du, wie ich meinen, Alter? Wo ist Gera? So. Ja, heute war irgendwie nicht so spannend, ne? Bisschen Keller. Digga, was heißt denn hier nicht spannend, Alter? Das ganze Haus ist... Hast du keine Empfindung oder keine Wahrnehmung? Ja, wir können ja nicht mehr alles filmen. Digga, ja, okay. Das kann man nicht mehr filmen. Du kannst euch sagen, Digga, das ist nicht viel gefilmt, Alter. Hier stehen wir vor neuen Herausforderungen. Oben im Badezimmer gerade wieder, Digga. 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 Diese Scheiße hier, ey. Fußfleißen angebracht. Digga, das ist doch geil, Digga. Digga, das ist doch geil, Digga. Das ist wie du wenden, Digga. Digga, das ist wie du, oder? Ne, noch was kann wenden. Ich glaube, wir machen noch... Also, was haben wir heute gemacht? Heute waren Fliesen unten im Keller. Dann gleich Klemmen nach oben. Ja, hier muss noch die Scheißleißen anbringen. Da muss noch die Links ranklegen. Fußleißen anbringen. Da muss ich jetzt genau noch... Weil ich will nicht zu viel Material kaufen, weil das schmeißt du zu viel weg und muss zu viel immer zurückbringen, ne? Dann sind wir oben gerade, bin ich im Badezimmer gegangen, weil ich diese Duschblende, dieses etwas, äh, muss ein bisschen ausgeschnitten werden, damit das besser eingefügt werden kann, weil das darf nicht krumm eingebaut werden und so weiter, deswegen muss ich oben schneiden. Können wir aber leider auch nicht filmen. Ne. Ansonsten ist es alles soweit. Fertig, tagtäglich. Die Woche ist ja noch dieses alles, äh, anbringen hin und her. Und nächste Woche werden die Fußbühlen abgedeckt hier, also einmal durchgesaugt, abdecken und dann werden einzelne Wände jetzt, also Raum für Raum wird fertig gemacht. Dann werden die Bilder angehängt und Bett hoch. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wahrscheinlich demnächst auch mal ein paar Videos von anderen Baustellen. Aber ja, von hier kommen wir noch welche, ey. Ja, aber wenn hier nicht so viel Spannendes passiert, dann, weiß ich nicht, wie sehr die Leute Lust haben, müsst ihr mal in den Kommentaren, müsst ihr mal in den Kommentaren... Da war ich meine, das alles, der ganz verdammt ist. Auch nicht. Wo sieht das nämlich aus? Weißt du? So, geht langs. Du musst nur mal liken, sagst du was Trigger. Du musst sagen, like das Video, abonniert und dann kannst du sagen, folgst uns auf Instagram. Ja, genau. Und die Leute müssen timen. Ja, willst du noch was zum WLAN sagen? Ja, bestes WLAN im ganzen Haus. In ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Warum? Weil wir zwei Fritzboxen haben. Die zweite habe ich eingestellt auf Repeater. Dann haben wir noch zwei super Repeater hier im Haus verteilt. Ja, und wir haben hier richtig geiles WLAN überall. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Jetzt aber. Dann kam. Da. Wir sind wichtig. Wir sind richtig. Da sind wichtig. Man hört die Leute zuorsisch. In diesem goosebumps. Wir sind wichtig. Da sind so. Wir sind wichtig. Vielen Dank.